Es war vor 25 Jahren, als mein Vater es fand. Er wurde in Stücke gerissen und fast verschlungen. Was es auch war, es war riesig. Und mit Schrot war ihm nicht beizukommen. Daraufhin ging mein Vater heim und goss Kugeln aus Silber. Er verließ sein Haus nie wieder bei Vollmond. Man sehe und staune, der verlorene Sohn kehrt zurück. Hallo, Vater. Genau richtig zur Beerdigung. Was ist passiert? Man hat die Leiche deines Bruders in einem Graben gefunden, in Stücke zerrissen. Lass mich wissen, wenn du irgendetwas brauchst. Ich will wissen, was ihm zugestoßen ist. Francis Eberline, Scotland Yard. Ich kann nicht genug betonen, in welch tödlicher Gefahr sie sich befinden. Welcher Art hier könnte so etwas anrichten? Sie setzen ihr Leben aufs Spiel. Die Dunkelheit wird sie holen. Er wurde sehr schwer verwundert. Danke, dass du bei mir geblieben bist. Also ist es immer noch da. Die Bestie hat sie gebissen. Sie tragen jetzt ihr Mahl. Glaubst du an Flücher? Du musst gehen. Wovor hast du Angst? Manch einer zweifelt daran, dass sich Menschen in Bestien verwandeln können. Eine Bestie ist unter uns. Du hast furchtbare Dinge getan, Lawrence. Ganz furchtbare Dinge. Sei stark, mein Sohn. Sei stark. Du hast gehört, was sie sagen. Ich bin ein Monster. Ich werde euch alle töten! Lass mich dir helfen. Der Tag der Bestie wird kommen. Der Tag der Bestie wird kommen.